Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Excel-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich in Microsoft Excel aus einem Datum die Kalenderwoche oder den Wochentag bestimmen kann. Eigentlich nicht schwer, man muss wie immer wissen, wie es funktioniert. Dafür habe ich mal was vorbereitet. Hier finden wir unser aktuelles Datum, das es auch mit einer Heute-Funktion bestimmt, damit sich das jeden Tag automatisch updatet. Und daraus möchte ich hier den Wochentag auslesen und die Kalenderwoche. Wie mache ich das also? So, wir werden zunächst das Ganze für die Kalenderwoche machen, denn das ist noch ein Schritt einfacher. Und danach den Wochentag, für den wir zwei Möglichkeiten haben. Für die Kalenderwoche gehen wir einfach in die Zelle, in der wir es eintragen wollen und geben auch einfach die Funktion der Kalenderwoche ein. Gleich Kalenderwoche, Klammer auf. Und hier könnte ich jetzt auch gleich Heute reinschreiben, also eine verschachtelte Funktion mit einer Heute-Funktion drin. Wir können aber auch einfach den Bezug auf diese Zelle nehmen und schließende Klammer und fertig. So haben wir die Kalenderwoche, das ist sehr einfach. Wie mache ich es jetzt mit dem Wochentag? Dafür habe ich zwei Möglichkeiten, denn am Ende liegt es nicht an der Funktion selbst, sondern daran, wie die Zelle formatiert ist. Das werden wir uns nämlich mal anschauen. Gebe ich hier gleich Heute ein. Dann kann ich auf irgendwelche Bezüge gleich verzichten, denn ich kann das mit der Heute-Funktion machen, aber nicht ohne Formatierung. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, das mit der Wochentag-Funktion zu machen. Da könnte ich jetzt auch wieder mit einer Heute-Funktion arbeiten, ohne also einen Bezug nutzen zu müssen. Ich kann aber auch einfach auf diese Zelle verweisen und dann werden wir sehen, dass jetzt hier der Wochentag gezählt wird. Und warum steht jetzt hier eins? Das liegt daran, dass das amerikanische Format ist und da ist der Sonntag der erste Tag. Bei uns ist es natürlich der Montag, von daher jetzt nicht wundern, dass hier was anderes steht. Aber wir sehen, ich habe zwei Funktionen und keine gibt mir jetzt den Wochentag so aus, wie ich das möchte. Damit das nun klappt, wählen wir die Zelle aus, bei der wir das Format einstellen wollen. Machen einen Rechtsklick darauf und gehen auf Zellen formatieren. Und hier wechsle ich jetzt von welchem Bereich auch immer, das unterscheidet sich je nach Funktion, auf Benutzer definiert. Und hinterlege hier oben in der Typzeile einfach viermal das T für den Tag. Ich kann auch dreimal, dann ist es abgekürzt, aber mit viermal bekomme ich den ganzen Tag. Und dann sehen wir, dass ich aus der Heute-Funktion einfach den Wochentag gemacht habe, ohne dass ich mit der Wochentag-Funktion arbeiten muss. Dadurch, dass das in Excel ja alles in den Daten unterlegt ist, kann Excel das selbst bestimmen. Mit der Wochentag-Funktion kann ich das aber genauso machen. Auch hier muss ich also mit der Formatierung arbeiten. Wechsle vom Standard auf Benutzer definiert und gebe auch hier viermal das T ein. Drücken wir OK und wir sehen, dass das beides sehr gut geklappt hat. Also, die Kalenderwoche ist sehr einfach. Der Wochentag hingegen braucht noch eine separate Formatierung, sonst wird er euch nicht das Ergebnis ausgeben, das ihr wollt. Aber wenn man weiß, wie es funktioniert, ist das alles gar kein Problem. Von daher hoffe ich, dass euch das Video gefallen und geholfen hat und dass wir uns im nächsten Tutorial wiedersehen. Bis dahin, euer Schawo. Ciao. Bis dahin, euer Schawo. Bis dahin, euer Schawo.